Nee, davor ist Polizei. Oh, das hat's nicht gesehen. Perfekt. Ich will jetzt mal fahren. Oh, wir stellen die Kistis. Junge. Auf jeden Fall schneller als davor. Guck, guck. Ist noch nicht mal im letzten Gang drin. Letzter, letzter Gang. Der sechste, müsste es sein. Oder fünfte. Hab nicht mitgezählt, wie viel die irgendwas Ding hat. Ja, ist okay. Ja, so eine 250 parkt auf jeden Fall. Und ab durch den Blitzer mit 250. Yes. Und erst mal bezahlen die Rechnungen. Wo sind die Rechnungen? Das Zwischen ist aber geil von dem Ding. Ein Soundpack. Ich weiß, dass es nicht drin ist. Aber ich bin heute eh nicht Cop. Das Soundpack ist ja nur für Pistolen-Sounds und für Korporinos, weil ich letztes Mal wieder für HMP gezockt habe. Darum habe ich es vergessen drauf zu machen. Vielleicht überschreit man das aber. Oh, 262 jetzt gerade. Nicht schlecht, du nicht schlecht. Also dafür, dass das so ein... Ich sag mal, ein Skyline ist. Oh, Alter. Oh, Alter. Wie ist das? Guck mal so. Was ich reinlegen. ich hab bis er aussteigt Montag checkt er das, dass ich da drin lieg checkt er das rafft er das, dass ich mich da zurück gelegt habe schau wie das aussieht oder rafft er das nicht jetzt bin ich gespannt, ob er das rafft ich könnte abhauen, aber dazu müsste ich in die Stadt schau, schau, schau schau, schau schau, schau aussteigen so auf die Tube, komm, drück, 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 drück ich muss in die Stadt damit, ich hänge das nicht ab, das ist ein High Speed Unit die wollen mich grad Auto wechseln, geht auf einmal ist der hinter mir oh ich krieg so Probleme Jungs, ich krieg so Probleme, ich hab noch keine Probleme gehört sowas finde ich jetzt an zieh das Ding, zieh soll ich mal abbremsen, das ist so fies, wenn ich jetzt eine Vollbremse mache lassen wir jetzt nicht und weg ist er gut gut stump gut gut was fährt denn zusammen da hinten da hat mir fast drauf eingefallen Scheiße, ob ich hier so viel tankte. Da fährt aber gar nicht mal so gut, ne? Langsam hier die Wiesen runter. Das ist wieder Gas. Deshalb, ich fahr jetzt grad wie ein Vollidiot, um ihn irgendwie abzuschüllen, weil anders krieg ich es ja nicht hin. Auch den Sparkos, würde ich sagen, oder? Was soll ich denn sonst machen? Ja. Ich bin jetzt noch nicht so gut. Ich bin jetzt noch nicht so gut. Ich bin jetzt noch nicht so gut. Das war's, Alter! Ja! Was ist das? Das ist der Dorn im Arsch. Wenn er nicht gesehen hat, dass ich hier hochgefahren bin, wenn ich jetzt alles nochmal runterfahre, dann habe ich nämlich das Geile, dass ich hier rauskomme, Leute. Und weg mit dem. So, und so schüttelt man Highsmith-Unit ab. Wenn man Verwirrung stiftet. So. Dass das so easy jetzt geklappt hat, Alter. Das ist ein Besen. Nein, der ist hinter mir. Scheiße. So ein Dreck, Alter. Ja, mein Tank ist leer. Hätte ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, dann wäre ich jetzt weggekommen. So ein Saftsack. Ja, mein Tank ist leer. Was soll ich denn machen? Oh, weil ich hätte eine Idee. Ah, nee, ist eine scheiß Idee. Und da ist schon die Highsmith-Units. Das war's. Mann, warum geht der heute der Tank leer? Mein schönes Auto. Was macht der denn? Was stellt er sich da vor mir hin? Ich hab eine Idee, Leute. Ich hab eine Idee. Ich muss noch ein paar Meter dazu fahren, dass das hinhaut. Ich hab auch eine Idee. Das klappt, das klappt. Ja, das klappt, das klappt, das klappt. Das klappt so. Bleib mal stehen, Karl. Bleib bitte stehen. Karl, hier ist Kevin. Mmh. Karl, stehen bleiben. Karl, bleib stehen. Stehen bleiben, Karl. Nee. Mag nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich muss aber, wenn er nicht stehen bleibt. Nee, ich hab nichts gemacht. Karl, bleib stehen. Nee, ich hab nichts gemacht. Nee, wir regeln das alles vernünftig. Nee, wir regeln das nicht vernünftig. Nee, wir regeln das nicht vernünftig. Komm, du bist doch schon groß, Karl. Nee, ich geh da pupusen zu meiner, zu meiner Mami. Karl, komm, bleib stehen. Ich hab nichts gemacht. Nee, ich tätere, ich gleich. Nee, nicht. Das tut weh! Bleib in Ruhe, ich hab nix gemacht! Ich bin eine Gurke, wenn du stehen bleibst. Was machst du? Hier ist Gurken, Kevin. Nee. Bleib da stehen. Ich mag gar nicht Gurken. Er ist hier auf Haus, er ist hier auf Haus, er ist hier noch mal abdrucken. Will ich jetzt wegkommen, irgendwie? Kommt in den Busch, 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 in den Busch. Bitte sag das hat funktioniert! Bitte sag das hat funktioniert! Ich glaube es hat funktioniert! Ich glaube es hat gefunzt! Leck mich im Arsch! Die gehen jetzt alle ins Haus rein? Wenn die alle drin sind, verpisse ich mich. Guck. Jetzt umstellen wir das Haus, ich bin wohl ganz anders! Ich seh mal, ich seh mal. Die werden 100 pro Jahr hochkommen. Was ist das? Was eine Flucht! Er hat fast angefangen zu tasern, ne? Ich muss auch sagen, sie sind sehr nett zu mir, weil ich nur ein Kind bin. Die wollen mich halt nicht tasern, ne? Also, theoretisch hätten die mich schon 50 mal bekommen, Leute. Also, die Polizei ist gut. Eigentlich. Aber dadurch, dass ich ein Kind bin, sind die lieb zu mir. Das ist auch der Grund. Ich hätte schon 50 mal einen Taser heute noch im Arsch gehabt, so nah wie die an mir dran waren. 15 mal einen Taser im Popo gehabt. Aber die haben so lange grad mit mir hier gespielt, an sich, ne? Nur gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme. Weil wenn ich jetzt hier aufstehe, habe ich ein Problem. Ach, das ist das eine große Einführung. Ich bin ein Fälligerer Ruf. Jetzt weiß ich sicher, dass es für mich gleiche ist. Zu一點 zu sehen. Ich bin ein Fälligerer. Untertitelung des ZDF, 2020